sofort in die schlacht verschwindet schwechlinge ja so gut jetzt können wir können gleich noch mehr champions fünf stück und dann noch fünf schleuder auf meinen schnarchen vorwärts folgt mir vorwärts sofort da fallen sie uns in die flanke wenn sie das könnten geht's los verstanden was wie was gut hier sofort kurz vor der nächsten festung der hatte was getroppt und war hier noch ein drop ja da stehen aber wir gerade schnell sofort da steht unsere armee gerade drin wird das detail mit dem lagerfeuer dass der zwerg nicht erfriert ganz nett warum auch immer sie gerade diesen zwerg am leben gelassen haben ansonsten ist hier aber nichts mehr gut werfer also ja leichensammler wenn sie leichen sammeln können sind sehr effektive nahrungsbringer das kann man leider nicht abstreiten so den holz wieder können wir abreißen wo bringt hier denn noch einer holz weil ich sehe hier nur drei holzfäller achso du da was da denn ok was euch verlagere ich auch erstmal genau da möchte ich den holzfäller bitte hin haben was was denn auch gut im Augenblick haben wir ja etwas was wie was ist darf ich töten so geht's los einer fehlt noch bitte fertig was denn was wie so was wie er bewegt euch alle mal da oben wieder jemand hier ach ne hier so so jetzt aber so die trolle kommen sind sogar zwei mit abenteurer kappen das war der platz an dem wir unsere erste sprengung machen wollen wir ja ein teil der sprengfässer steht noch da die untoten wissen ja nicht was sie da vor ihrer haustür stehen haben diese fässer sind randvoll mit feuerpulver ja ich habe zwar nicht urams wissen aber ich kann versuchen sie zu zünden das sollte ein hübsches loch in der mauer geben dann habt ihr freie bahn was tut euer werk jahrl sprengt die mauer so hab ich's gern gebt acht jo jahrl entzündet eins der fässer und macht eine schöne kettenreaktion und da kommen jede menge mumien aber kann da sind das wir sind denn über es ist über der der E die er die sollen weggehen geht's los wo ist meine keule so ich sollte mal heilen wo kommen die her was ist das verdienen wir hier noch champions und haben schon einen verloren wo kommen die her die sollen weggehen wo kommen die her die sollen weggehen wo kommen die her naja bis jetzt haben wir hauptsächlich vögel verloren wo ist meine keule wo kommen die her die sollen weggehen und ja langsam aber was ich habe prügeln wir uns dadurch wo ist meine keule die sollen weggehen die sollen weggehen die sollen weggehen was wollen die wo kommen die her wo kommen die her das nehme ich mal mit rein so hat alles tot alles tot ja folgt mir auf meine schnell und los auf mein kommand das jetzt müssen wir versuchen mir 30 zu erreichen bevor wir die noch kein fest und hier übernehmen übernehmen mir nach folgt folgt mir folgt mir bringen wir es zu ende auf jeden Fall auf jeden Fall sehr viele geholtete hier wo kommen die her auf mein kommand auf mein kommand hat doch er hat eine Aura gemacht Aura der Schwäche ist meine Keule was ist gleich mal so gleich mal so gleich mal so verkehrt die Aura zu benutzen was wollen die was ist die sollen weggehen was ist passiert was ist passiert was ist passiert Ja, was muss ich jetzt machen? Ich glaube, ich habe meine Lebensschuld beglichen, Runenkrieger. Ach, ich muss erst das Monument... Ich verlasse euch jetzt. Fast, Tom, wartet auf mich. Ich muss erst wirklich das Monument in Besitz nehmen. Oh, schicke Bein die Stiefel. Hm. Na gut, da wir hauptsächlich die Skerk-Arbeiter wollen. Und die immer gleich schnell eigentlich arbeiten. Können wir es eigentlich einfach in Besitz nehmen. Haben wir den Stein in Besitz genommen? Ja, der Seelenfeld ist in Besitz. Das heißt, noch die Truhe. Äh, habe ich da noch wenigstens... Nein, dann packen wir den da wenigstens noch rein, dass ich einigermaßen passable Dunkelelfen habe. Questbuch aktualisiert, ja. Aber keine Erfahrung gehalten. Auf mein Kommando. Okay, dann ziehen wir am besten einfach gleich weiter. Also? Ja. Ja. Ich sitze, ich bin nur noch jemandem. das war's für ein König. Ich bin nur noch jemandem blind. Und schon mal jemandem blind. Und schon mal jemandem blind. Ich hab ihn zumal. Und schon mal jemandem blind. Ich hab ihn nicht. Auf mein Kommando! Und los! Zur Ehre Aonius! Geht's los? Geht's los?